Hallo zusammen, hier ist der Metal StormX. Ich sitze hier, wie ihr schon seht, Trabant Folge 13. Das sieht ein bisschen anders aus, als ich geliefert bekommen habe, aber es ist die 13. Die Folge. Nicht nur diesen kleinen Tütensack brauchen wir hier, wir brauchen noch mal dieses Teil hier. Innerer Spritzschutz hieß es, glaube ich. Dann die Armaturen brauchen wir noch. Und das Lenkrad, das Lenkrad. Das habe ich auch schon auseinander gebaut. Mit Schraube und Firmenschild. Was auf der Lenksäule da drauf ist. Also warum die das in der Folge, ich glaube es drei war es, da schon geliefert haben. Kann ich nicht sagen, aber es sind immerhin vier Baugruppen. Eins, zwei, drei und ein bisschen schotter. Man kann das Ganze miteinander verbinden, das finde ich schon mal gut. Dann lümmelt nicht mehr so viel hier rum. Unauffindbar irgendwann bei mir. Sondern es findet irgendwie den Weg alles zueinander. Das finde ich schon mal sehr gut. Obwohl, ich glaube mal, die Folge wird mega anstrengend und zeitintensiv. Die Teile, wie gesagt, die werde ich kurz auskippen. So wie ich das gesehen habe, haben wir soweit alles dabei. Wie zum Beispiel den Ganghebel, den Schock und andere feine Sachen. Ich denke, das passt alles soweit. Und dann kommen, glaube ich, wie ich das gesehen habe, nur 16 Bauschritte. Aber die haben es in sich. Und dann noch ein bisschen kommt was zum DKW. Was ist das für eine rote Bolle? Die KW F8? Ich glaube, den F9 habe ich gemocht. Da fuhren ein paar wenige in Dresden rum. Oh, Biermann. Wer es braucht. Und der CYGA. Okay, das war für Startanlässe und was weiß ich. Haben wir nicht oft gesehen. Ist aber nicht so interessant, meiner Meinung nach. Oh, der Oldtimer gefällt mir immer noch. So. Jo. Bevor die ganze Orgel losgeht, muss ich natürlich die ganzen Käse auspacken, die ganzen Teile. Wir machen das am besten. Also vom Gewicht her ist es viel Metall. Cutter. Das Messer. Rob. Nehmen wir mal das große. Meine schöne Matte. Jetzt geht sie kaputt. Ich war ein bisschen mädchenhaft, aber jetzt wird geschnippelt, dass es kracht. So. Schön langsam, 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 langsam. Ich sehe das Zündschloss. Jawohl. Oh, das sieht alles so gut aus. Das sieht alles vollständig aus. Nur hier. Will was nicht raus. Ja. Selbst heilende Matte. Also. Komm raus. Ouch. Fast werbe gewesen. So. DM Schrauben. AM Schrauben. DB. Also. Wir haben wieder viele, viele Schraubenpakete. Da musst du aufpassen, weil wir haben diesmal Doppel A. Wir haben AM. Und wir haben AP. Okay. 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 AM kommt spät. Weil das ist Metall. Da machen wir das mal vielleicht so. Für mich. Äh. Zur Logik. Metall ist oben. AM. Wir werden sehen, ob die Praxis hält, was er verspricht. Was ist, was sind das? Was haben die, wie haben die das wieder zugekriegt? Was haben die zugekriegt? Die Kleunchenesen. Respekt. BM. DM. DM. DM brauchen wir noch. Komm. DM. Deutsche Mark. Ah. Schön war die Zeit. Und. So. Machen wir noch DM Schrauben. Dann haben wir noch die Deutsche Post. DB. Freunde. Wäre schön, wenn ihr mir ein paar Pakete liefert. Aber. Ihr habt Verständnis. Bei eurem. Äh. Jetzt bestellt die da online. Und macht. Und. Das muss ja wie ein zweites Weihnachten sein. Oder beziehungsweise. Wie Weihnachten sein. Dies Jahr. Das ist ja unglaublich. Und das jetzt im April. Klimaerwärmung. Äh. So. Und dann haben wir Ant und Paula. Und das A-Schrauben für Plastik. Da haben wir richtig viele. Puff. Da weiß ich, wo die hinkommen. So. Andere Sachen wie Ganghebel, Blinker, Schock, Zündschluss. Äh. Also so langsam. Also. Das Ding. Das Ding nimmt so langsam Fahrt auf. Das ist. Das ist Metall. Das ist Plastik. Aha. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte zweimal Metall. Das wäre jetzt ein bisschen logischer gewesen. Aber. Ach. Was soll's. Was hat ich Metal Storm mit Logik zu tun? Nicht viel. Die zwei Kabelbinder für Festiger. Und Lenkrad. Und Lenkrad. Lenkrad-Säule. Halterung. Da fangen wir glaube ich an. Huha. Huha. Bauschritt 1. Der ist meins. Ich muss jetzt ran. So. Welchen Ding nehmen wir da? Ja. Nehmen das Ding. Das Ding nehmen wir. So. Jetzt muss ich bloß noch eine neue Position finden für. Machen wir das so. So machen wir das. Und dann. Jetzt muss ich genau zielen. Hämmehäm. Hämmehäm. Moment. Der hält das so rum. Und dann macht er das Lenksschluss. Äh. Beziehungsweise. Was ist das? Die Führungshülse. Hämmehäm. Die schrauben wir an der zweiten Bogen fest. Mit BM. Oben ist Metall. Dann habe ich jetzt BM. Drei Haufen M habe ich. Dann schrauben wir jetzt das mal fest. So. So. Das hält er schon mal ganz gut. Beziehungsweise hat er gleich gegriffen. Also bin ja entsetzt. Das mal. Ja. Jetzt steche ich noch selber ab. Genau. Hansablast wollte ich hier noch hochlegen. Das wenn ich mich absteche. Aber warte mal kurz. Ich muss. Ne ne. Ist sogar richtig rum. Habe jetzt erst gedacht. Hat das da noch falsch ist. Aber. Ich brauche noch ein bisschen Kraft. Weil. Das Ding ist mir noch zu lose. Matrose. Mal ein bisschen ausrichten. So. Wupp. Und vielleicht noch ein bisschen noch den ganzen Schotter runter. Ne. Es geht nicht. Noch mal eine andere Kräuse. Kameraposition suchen. Aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich im nächsten Video. Jetzt schrauben wir das noch kurz ein bisschen fest. So. Jetzt ist gut. Ne. So noch nicht. Jetzt. Hält es mal selber. Jetzt passt es. Gut. Eine Minute. Vorbei. Jetzt nehmen wir das Teil. Aber ein leichtes Verständnisproblem scheinbar. Ähm. Ist das wirklich das Richtige? Eigentlich schon. Moment. Ah ja. Das ist das wo das Zündschloss mit reinkommt. Und das ist irgendwie was komisches. Mal gucken. Das ist mir nicht ganz klar. Moment. 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 Ja. Alles klar. Äh. Genau. Keine Ahnung. Mäh. 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 Mir kommt es so vor, als ob ein Teil fehlt. Ne. Ne. Das kann aber nicht sein. Pass mal auf. Das muss ja ungefähr gleich sein. So. Jetzt. Dann kann es doch nur das sein. Oder das sein. So. Und wenn das gleich ist. Dann kann es doch nur die Schraube sein. Und alles andere wird sich ergeben. Aber wenn du das falsch gemacht. Ich mach das mal nach Gefühl. Weil die Bilder sind irgendwie. Hm. Also wenn das nicht gleich symmetrisch ist. Dann. Dann habe ich nie bei Sachsenring gearbeitet. Und das war so. nochmal dran halten so, ok hat gefressen Schraube Betriebskantine Menü, ok naja, gut, wollen wir nicht meckern man muss ein bisschen mehr Schmack dann hält das auch so, gut das muss ok sein ja sonst kriegst du Stress ok, was mache ich jetzt ich nehme das Zündschluss das Zündschluss gehört ja an die Längsäule das wissen wir noch von damals die Längsäule ist hier dann gehört das Zündschluss noch da dann müsste das ja eigentlich alter ne muss man mal gucken muss man mal gucken also das dicke Ding von der Längsäule zu mir alles klar und das Zündschluss die Wölbung ja, aber ach so so dran naja, alles klar Zündschluss am Lenk und wie kriege ich das fest das weiß wieder kein Mensch das machen wir mit einer Anton Paula Schraube mit einer Plastik Schraube ja, stimmt die Säule ist Metal aber das Zündschluss ist Plastik scheiße ich glaube das schneide ich raus das wird nie was da brauchst du fünf Hände wie soll denn das gehen ähm zu dem Schluss alles gut ich hab's ich hab's begriffen so so okay und das solltest du irgendwie halten das ist doch das ist doch Wahnsinn so Schraube durch okay so ähm Zündschluss ohne Zündschluss geht nix das Ding muss das kannst du nicht wegladen nö Zündschluss aus weil wenn das jetzt klappt na nö 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 ui schraube dran Zündschluss dran mein Gott man kann man kann mal Glück haben Glück mich Anna jetzt halte ich bloß noch das fest lass mal auf lass mal auf jetzt drehen wir mal noch Plastik und Dings so jetzt wird's besser äh Zündschluss festhalten Schraube Dingsen so jetzt noch ein bisschen ausrichten an der Lenksohle aus Plastik Teil äh so so gut Zündschluss an der komischen Gedönse stimmt der Winkel wollen wir ins Detail gehen aber es war so ja ja das passt schon so jetzt machen wir die Metallteile da unten dran fragt sie bloß wo das kann nur hier sein so rum oder so rum die zwei Teile die zwei Teile passen wir auf sechs Minuten Bauschritt 4 nein keine Ahnung Zeit spielt jetzt keine Rolle mehr hier ist das Zündschluss alles klar und hier sind die Bohrungen rüft die Erhebung nach oben relief technisch so und dann das nach hinten dann müsste ich das so rumlegen so rumlegen mal so dann brauche ich was für Schrauben ich brauche dann ich brauche dann BM Schrauben wieder dann machen wir das das obendrauf und den BM Schrauben das sollten wir hinkriegen das ist über Kreuz und fünf Ecken und wie halte ich das in die Kamera wie halte ich das in die Kamera erwischt oder ja Pech gehabt erwischt Drecksack so wir den erwischen das sieht doch schnuckig aus und so langsam wird das aus dem labilen Gewirke was stabil ist weil eins ins andere greift und es sich gegenseitig denke ich mal stabilisiert ausrichtet aber das Lenkschloss ist irgendwie so jetzt im rechten Winkel muss ja im rechten Winkel auf die komische Führung da drauf ansonsten kann man durchklotzen wenn es schief drauf hängt ganz aufgeregt ich bin so weit wie noch nie ein Mensch auf dieser Schnitt mal der dem Trabband entgegen gekommen ist aber man muss schon ein bisschen schrauben ein bisschen heftiger es ist Metall ja mal links mal rechts mal oben mal unten und so langsam wird es stabil stabil Längschloss wunderbar gefällt mir gefällt mir was mache ich jetzt oh Handschalt Knüppel Knüppelowski der Zündschloss da geht die linkseite durch also hier hier muss der rein hier kommt er rein hier will er rein hier soll er rein alles klar achso und dann den Deckel dann den Deckel drauf und dann zwei HP Schrauben ja Plastik also mit viel Geduld und Spucke weg von der Lenksäule dahin aber irgendwie warte mal warte mal warte mal da muss man irgendwie tricksen wir machen das Ding drauf so ist es und dann bevor bisschen anheben ja genau Freunde so ist das warte mal naja so macht es knack dann ist es aber zu scheiße so machen wir das noch mal hier Hebel rein Ganghebel rein Ganghebel Hebel 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 auf ewig Zwickli Zwick Freude Freude Lenkschloss Handschalten Bums genau schön schön also ach mir gefällt es mir gefällt es das wird ein Trabi das wird ein geiler Trabi oben oder ohne Schrauben Scheiße man sitzt noch richtig oben hier oben das ist oben bin ich mir sicher stimmt ein Foto weil das Lenkschloss wenn man es unten macht sieht man nicht das wäre jetzt falsch an der Stelle hier jetzt gucke ich nochmal doch doch passt das ist richtig rum jawohl Freunde sehr schön sehr schön läuft noch noch läuft noch wer kann den Ganghebel vergessen jemals der ich so einmalig jedenfalls in meinem Leben mit dem Auto verbunden vielleicht gab es eine andere Handschaltung aber ich kenne selber keine andere als nur die so gut haben wir gemacht echt Moment verstehe ich nicht das verstehe hätten wir das vorher noch mit der Armatur verbinden sollen oder warum ist die Armatur jetzt dabei wo kommt die Armatur jetzt aber auch mal her ach du scheiße oh man kann ich nochmal zurückbauen ja nicht schlecht trottel blöd fuck okay da haben wir was falsch gemacht das und das nicht drauf machen nö das verstehe ich jetzt nicht aber alles gut das wäre zu einfach das wäre jetzt echt zu einfach gewesen so tschüss jetzt die Armatur nehmen gut okay 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 so jetzt nehme ich die Armatur und dann nehme ich dann nehme ich dann nehme ich erst mal mein dummes Gesicht aus der Kamera und nee na wie eine Menge Kabel alles gut komm ich auf achso und doch okay tacho lenker lenksäule die zwei dinger müssen da ne okay dann so das war jetzt ando und paula die gehen zurück und nehmen jetzt die deutsche boss die db schrauben also abheber auch super gegangen aber wir sollen jetzt db schrauben nehmen dora paula ich glaube das schon das ist das ist so das wird schon so sein ja die ist bestimmt schief die geschichte nö nö die kommt gerade alles gut db db plastik plastik so tarometer lenksäule das passt auch noch nicht ganz vergert so jetzt mal dasselbe nochmal aber mit dem knüppel so nochmal wo kommen die anderen zwei schrauben ja leck mich doch gut ich hätte auch nicht mehr reinschrauben können das stimmt also ist schon ok alles ok alles ok bloß jetzt macht es nicht mehr schnapp probier es gerade nochmal nö macht es nicht mehr schnapp ich kriege schnappatmung achso mir muss das einfädeln krass 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 man das hier muss hier eingefädelt werden ah ja so wenn man das eingefädelt hat dann kann man kann man den Ganghebel irgendwie noch ins Spiel bringen wenn man es hinkriegt so da muss man es schaffen das Ding irgendwie schnappen zu lassen so wie jetzt und dann ist alles gut krass 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 und das mit jetzt nehme ich wieder meine Anton Paula schaum Anton Paula größer Plastik genau cool trotzdem cool ja ich frage mich nur wie ich den blickner dann rein kriegt den stopfen wir dann wahrscheinlich rein so ein bisschen mit rechts schrauben krass so ich muss aber jetzt abbrechen tut mir leid bis gleich also so akku ich glaube wir können weitermachen ich weiß bloß nicht wo ich bin kann hier haben wir eingebauten schock müssen wir einsetzen und an dem blinker der schock war mal hier immer was heißt immer so ziehen wir einfach mal rein und pressen denn ein bisschen fest ich klebe den auf fest jetzt so eine komische komische nut aber das ist unerheblich glaube ich doch da gibt es einen kleinen bewusst an diesem plastik ding der muss nach innen zeigen und dann hält er arretiert sich genau dem abstand so kleine metall quatsch plastik nase muss dann hier in den ring rein dann passt das ich glaube ich werde kleben ich werde meinem leben immer dran rumziehen jetzt setzt man auch den blinker ein den blink hebel das machen wir an der seite in dem loch gespannt so jetzt pass mal auf langsam 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 der muss ja da muss ja so da muss ja so jetzt hör auf drehe jetzt durch nicht so aufgeregt so so muss der doch schon klar so man muss den einfädeln und dann irgendwie so kippen dings bumsen das ist ja ein winkel das ist ja hier so als winkel gemacht da muss man jetzt so einfädeln und dann irgendwie so wie haben sie das beschrieben jetzt bin ich mal gespannt gar nicht führen sie denn in die öffnung am unterteil der lenksäule ein das war es nicht irgendwie schnüppeltisch schnabeltisch her sondern das bleibt dann jedem seiner intelligenz überlassen wo das ding jetzt abbricht oder nicht gleich habe ich abgeworfen so war ich blöd so jetzt noch mal was nehmen wir noch mal von oben rein ist das ernst schwarz auf schwarz jetzt sehe ich ja selber fast nichts von oben also also man steckt das oben rein naja einfach den kleinen zapfen reinstecken gut man kann nach oben und schalten links rechts links rechts von hinten war nix oder war der fernlichter blendlicht aber das ding bleibt drinnen komischerweise hätte ich nicht gedacht der gang hebe sowieso und der blinker coole geschichte wenn es denn so bleibt faszinierend sieht echt wie ein trappig aus vorne zum schloss nicht schlecht okay ich muss gucken ob ich was überblättert habe das haben wir gemacht und jetzt machen wir die m schrauben metal of metal metal storm of metal storm schraube ach ich genieße es so rum ich glaube schon ich bin ja nicht im bilder ist ja wurscht ach schön schön hier sind ja noch zwei nasen angedeutet du nase da geht ja nichts falsch und dann dm schrauben rein ach das ist ja das ist ja wie für mich gemacht entspanntes bauen wenn du die dm schrauben finden solltest da oben liegen sie rum haufen 3,56 von 27,8 macht eine zirgellänge von 27,3 so jetzt wisst ihr bescheid nö der mag nicht der mag nicht jetzt mag er jetzt will er jawohl die dm schraube noch ich finde es cool das sieht aus wie ein drabant das zündschloss und der schalthebel der tacho also ne das ist cool so und jetzt tun wir die konsole verbauen mit dem schild wieder was zusammenge... oder oder das ist doch falsch rum oder? 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 das war jetzt erstklassig verkehrt rum so sieht das doch aus, oder? sensationell es passt trotzdem und wenn ich dann schraube ich doppelt oder ich schneide es raus so rum jetzt mal richtig rum also passt so passt nicht aber das sah gerade dämlich aus das sah gerade hat echt scheiße aus warum soll das scheiße aus weil ich die dinge moment 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 legt mich doch mal so was auf ich schlägt das so genau so und jetzt kommt das ding so genau nanu ist das von scheiß bild so ja ja schon gut ja 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 es stimmt nicht silber silber es passt doch nicht das passt doch nicht wenn man nicht aufpasst so jetzt so jetzt so muss das aussehen blöd mann wo kommt die kabel dann lang ich glaube unten jetzt für meine kalt schock noch den kalt starten raus die gehören nach unten wollen wir es hoffen kabel also pass auf ganz wichtig das gehört nach unten die kabel so ihr drei gehört extra du bist was spezielles bist die tacho beleuchtung du kommst extra ihr gehört zum sound modul und das andere gehört zum blub fällt der name nicht ein bin ich bin ich bin ich bin grad nicht multitaskingfähig sondern der schock muss da noch rein das kann man dann machen so jetzt wird es recht komisch also nochmal lalala und hier geht das kabel ab ach das ist mir wurscht so wir müssen jetzt die amateur drauf kriegen alles andere zweitrangig mit sicherheit auch eine kamera geht das besser da kannst du wirklich sagen nur noch eine halbe stunde war ich fertig 10 minuten machen ein paar bilder die folge ging mir doch mal voll daneben ja sagen wir mal nicht ohne rückschritte so aber mir fehlen keine teile ich habe nichts verstört ich habe nichts verbummelt mich freut immer noch der band cool kaltstatter jetzt noch mal das komische die komische nase und die muss nach innen so lenksäule und dann hält es mal für 10 minuten so das ding wäre ich sowas von festkleben das könnt ihr euch nicht vorstellen so das hält das hält blinker ist noch dran und denk jetzt noch dran wunderbar so ihr und ihr da ich bin aber gleich durch ich bin gleich nach zwei stunden so durch so haben wir gemacht jetzt machen wir das lenkrad auseinander das habe ich schon gemacht gut gut füllen wir durch das haben wir sicherlich eleganter machen können das hätten wir jetzt liefern können und vielleicht im nächsten bauschelt rein machen ich glaube das nächste mal kommt bloß ein rad ja das ist ein bisschen wenig hätte aber vielleicht mit einem rad liefern können und dann nicht ohne worte also ja ja alles gut alles gut so okay und machen wir das lenkrad fest noch gehen ach ja gut scheiße so jetzt mal dran kleben die schraube klebt sie nicht dran soll sie mal drinnen stecken bleiben klebt sowieso so hm 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 ich wollte die schon festkleben die schraube so gut dass ich es nicht gemacht habe so und irgendwann wird die hier verkapselt aber ansonsten so ja passt das schon irgendwie wenn man bild bleibt hier dann so rein ja ich glaube hier ist noch eine menge luft zum feststellen genau habe ich vergessen wahrscheinlich von lauter aufregung hier die amateur festzuschrauben ja so dann es eiert ein bisschen so die nabe mache ich jetzt noch nicht auf vom lenkrad das könnte man aber jetzt ne wer weiß warten wir es ab so mega folge zwei kabel drei kabel schwarz-weiß ja m hm 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 första so hier m festklappesern mit am schrauben das sollte nicht das problem sein ich habe noch so viele schrauben übrig was soll denn alle hinkommen keine ahnung das ist blöd ich soll das halten liegen lassen durchs lenker durch weg mich durch er ist doch ist doch gab es hier es ist echt euer ernst so schock noch mal rausnehmen das kann jetzt sein darum zu schrauben wenn der teil da drin ist doch blöd 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 so Schuhe. das ganze fressbrummen wie du willst das ist nur eine führung also da wird nichts fest so jetzt tue ich zum nächsten mal den starter rein naja ich glaube ich tue den gleich in der box rein damit er mir nicht verloren geht so jetzt haben wir das mal verlegt und jetzt verlegen wir das andere kabel das machen wir quer durch den raum irgendwie bloß hier um vielleicht muss man das jetzt durchlegen durch ja vielleicht so und dann hier oben rum damit es hier nicht darum lümmelt gucke ich noch mal die haben das die haben das sogar noch weiter oben das hier unten durch die haben das oben lang super das kann ich jetzt gar nicht mehr so machen muss jetzt alles noch mal rausziehen dann machen wir das den ganzen käse noch mal raus hier raus wunderbar fette ding geht nicht überall durch sondern hier oben lang ja gut oben lang und dann hier durch so sieht es auf dem bild aus hier oben über den defroster lang und dann hier mit zwei am schrauben und ich habe tonnenweise schrauben übrig und weiß nicht wohin damit naja muss ja noch mal andere videos gucken ob es den anderen modellbauern außer gegangen ist dass die da ein paar schrauben berge übrig haben mag sein so komm komm so da fällt mir gleich nichts ein weil entspanntes bauen war das jetzt nicht unbedingt aber das ergebnis ist entscheidend und mich freut es dass so viele einzelne baugruppen wie die konsole und dieses hellblaue teil das lenkrad jetzt miteinander verbunden sind und immer irgendwo in irgendwelchen kisten und fächern darum dümpeln so nicht ja ja mal ein stück rausgehen ja genau jetzt gucken wir uns das wunderwerk an was ich da fabriziert haben könnte sollte so ja ja gut schon ja so 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 blänkrad da kommt die nahe noch darauf gangschaltung blinker Dann die drei Dipper, dann die Kabel, hier könnten wir auch noch mal ein bisschen nachziehen. Und Heidewitzker, freuen wir uns einfach auf ein Rad das nächste Mal. Natürlich werde ich jetzt die Schrauben noch zusammensammeln und das Lenkrad eiert ein bisschen. Naja gut, ansonsten passt es ja. Ah, und hier den Schlauch, den werden wir noch kurz stecken. Während ich das mache, sage ich schon mal Tschüss, euer Schlauch-Metal-Sohn. Habt ihr mal geschaut, würde mich noch interessieren, ob euer komischer Schalter, der noch da ist, fällt mir gerade ein. Den habe ich geklebt und der ist noch da. Yippie, alles gut. In dem Sinne, erholt euch gut von meiner Baufolge. Vielleicht schaut ihr beim nächsten Mal wieder rein, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ansonsten seid ihr die Harten im Garten. Tschö, tschö, tschö. Sagt Bye. Ihr seid die Besten. Tschö. und wieder auf dich. V discipline dich auf auf auf. Es ist das bis zum nächsten Mal wieder. ler Love-Dial will. Timothyantes Klipos Gole window. Von weg?